finale jawohl der letzte bauabschnitt steht uns hier bevor wir sind bei nummer 17 seite 295 das sind die teile die wir dafür noch zur verfügung haben ist noch einiges also ich freue mich drauf jetzt hier alles fertig zu bauen und auch hier die letzten löscher die wir noch im falken haben endgültig zu schließen und dann dieses wirklich tolle tolle lange große interessante bauprojekt abzuschließen und aber wenn ich hier fertig bin bin ich noch nicht ganz fertig da kommt noch ein bisschen mehr aber das kommt alles später ich habe hier noch ein paar besondere teile gefunden beim auspacken das eine ist hier die ja die satelliten schüssel vom millennium falken die radarschüssel oder was auch immer das genau sein soll das ist ja die vom klassischen falken also aus der alten trilogie es gibt ja auch hier den neuen falken beziehungsweise den alten falken mit einer neuen schüssel ab episode 7 und auch die wird gebaut und man kann später aussuchen welche man dann hier benutzen will entweder hier die klassische runde oder die etwas kantigere und ja wir haben noch mal hier so eine kuppel und das wird ja das wird hier vom geschützturm werden der jetzt hier oben drauf kommt unten drunter ja man kann es nicht wirklich sehen da haben wir schon so ein und ja das werden wir dann hier wohl noch mal genauso bauen also ich laber gar nicht groß rum entertainment steht bereit anleitung ist da ich habe bock legen wir los ich habe jetzt einfach mal ein bisschen durch gebaut hier sind die teile und mir ist ein früheres problem wieder auf die nase gefallen aber dazu gleich wir haben erstmal hier so ein fisch gebaut das war dieser erste abschnitt ich habe keine ahnung mehr wie die hießen aber das waren glaube ich diese fischer die sich an den falken angeheftet haben als sie in diesem asteroiden in diesem riesen asteroiden monster drin waren und ja keine ahnung könnt ihr gerne unten in die kommentare schreiben wie das heißt ich weiß es nicht mehr auf jeden fall kann man das später dann irgendwo hier auf den falken drauf packen und dann haben wir noch diese beiden panele hier gebaut die rechts und links hier vom tunnel gleich angebracht werden und das ist das größere element auch wieder hier mit grün und ein bisschen rot dabei paar verzierungen nichts besonderes wird nachher befestigt hier mit so einem technik pin und dann noch ein anderes standard panel wo ich dann das problem habe denn hier in dieses schwarze teil müsste diese kleine gelbe achse wer mal die früheren videos gesehen hat weiß ja die hat mir vorher schon gefehlt und ich habe die einfach mal aus bauschritt 17 gemopst in der hoffnung sie wäre vielleicht noch falsch verpackt gewesen aber leider nicht also mir fehlt jetzt hier die achse denn damit muss ja nachher das ganze befestigt werden ich bin allerdings am überlegen ich habe hier eine schwarze achse ob ich die vielleicht einfach ausprobiere und dann noch mal hoffe dass ich die nirgendwo brauche ja wahrscheinlich brauche ich die auch irgendwo aber egal ich nehme die jetzt einfach mal und schau mal ob ich hier alles dran bekomme und hier sind die beiden teile jetzt verbaut hier haben wir das längliche größere teil das wurde hier mit dem technik pin hier an dem tunnel befestigt hier unten drunter könnte man das sehen ja und hier ist ja das andere teil das passt natürlich so nicht richtig ja also die die achse diesen bisschen zu lang und ich lasse es einfach mal vorläufig so damit ich hier die lücke geschlossen habe na komm her damit ihr einfach mal zu ist und wir machen so als wäre nix und ich ärgere mich dann gleich wieder wenn eine schwarze achse fehlt aber jetzt geht es erst noch mal weiter und da waren sie wieder meine probleme oder sagen wir besser das eine problem das hier ist der obere geschützturm mit dieser transparenten kuppel die am gelenkt dran ist und hier ist es noch viel viel deutlicher als bei diesem unteren teil denn wenn ich hier die kuppel wirklich so rein drücke wie sie sein soll sekunde zeigt euch mal also dass die hier wirklich so drin ist wie es soll geht schon gar nicht so einfach so das wäre dann so und dann kann man hier deutlich sehen wie die teile hier auseinander gehen und das passt also vorne und hinten nicht also ich kann eigentlich nur die kuppel noch mal ein bisschen raus drücken dann hier noch mal alles fest drücken und im endeffekt sieht meine lösung für den moment so aus dass ich die nur so locker drauf mache dass sie also hier noch übersteht aber naja hier unten ist sie halt komplett drin dann werden hier die teile nicht auseinander gedrückt also das ist auf jeden fall ein deutliches problemchen was die hier irgendwie haben mit leppin keine ahnung wieso aber naja ansonsten sieht schon ganz gut aus ja also wir kommen deutlich voran und bauen noch ein bisschen weiter bis hier die kuppel eingepasst werden kann tja überraschung mir fehlt eine schwarze achse also es war definitiv dann eine also die gelbe war auf jeden fall zu wenig dabei die schwarze war eben auch verplant ich habe die ja vorhin hier einfach mal mit eingebaut und habe mich jetzt dazu entschieden da ich kein passendes ersatzteil habe hier einfach so einen rundstab rein zu stecken der wahrscheinlich nur irgendwo als verzierung dient auf den kann man dann vorerst mal verzichten und die schwarze achse die werde ich dann dahin verbauen wo sie hingehört also wieder mal ein definitives fehlteil eine gelbe achse so bevor ich jetzt hier meine nachbarn gleich killen jeweils wieder so laut sind erzähle ich euch noch kurz ja dass hier der obere geschützturm fertig ist so sieht er aus das geschützt habe ich schon drauf gesteckt passt soweit alles teile waren soweit auch alle vorhanden das geschütz lässt sich bewegen also nach oben und nach unten schwenken und auch so seitlich ein bisschen drehen und wird ganz einfach nur mit diesen beiden lift armen hier eingesteckt und zwar kommt das hier zwischen diese anderen lift arme und da kommt sonst gar keine befestigung dran sondern es wird einfach nur rein geschoben so und dann sollte es auch irgendwie passen wenn man es richtig rein setzt so fertig also geschützturm sitzt passt wackelt hat luft hat nur hier mit der kuppel gab es das problem dass ich die nicht richtig komplett rein drücken konnte weil sonst hier alles auseinander geht aber ja fällt eigentlich ja so nicht auf und schick 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 ja was soll ich jetzt sagen schaut mal her da ist doch so ziemlich alles komplett vorhin ist mir hier hinten von der antriebssektion ein teil einfach abgeflogen hat die hat die haltekraft wohl nicht mehr gereicht das muss ich nachher noch mal dran bauen aber ansonsten sieht er doch schon ziemlich komplett aus aber ich denke hier fehlt auch noch was und zwar die satelliten schüssel auf jeden fall und genau die kommt jetzt im nächsten abschnitt ran einmal hier die runde und dann hier diese eckige neue tja und wenn wir die gebaut haben freunde sind wir so gut wie durch die baue ich jetzt mal noch flott fertig dann beklebe ich noch das schild ach ja übrigens bekleben ich habe hier noch was bekleben müssen die letzten beiden sticker die ich hier aufbringen musste sind hier diese dreiecksteile an den seiten und farbmäßig passt nicht so ganz hier zu den steinen aber fällt jetzt auch nicht so großartig auf nur erwähnt das sind noch die beiden sticker die ich aufgebracht habe und was da noch fehlt ist hier unser ucs schild das kommt dann einfach hier drauf dann brauchen wir dann noch einen kleinen ständer vermutlich für und dann sind wir durch wahnsinnige 8400 teile später also ich brauche noch mal den rest und dann ja schauen wir uns den kompletten falken mal gemeinsam an ich bin fertig der falke ist fertig zusammengebaut freunde da steht er da groß und prächtig und ist ein richtig cooles set geworden ich zeige euch mal was übergeblieben ist an teilen ich habe eine ganze menge von diesen flexiblen stangen noch übrig die hier zum beispiel hier außen überall verbaut wurden keine ahnung wieso da so viele überbleiben aber vergessen habe ich sie nicht und ich habe hier noch ein kleines ersatzteiltütchen davon habe ich mal gar nichts gebraucht leider leider waren aber auch nicht die teile drin die ich noch sonst vermisst habe denn es haben ja doch so einige hier gefehlt ja also da war bei weitem nicht alles mit dabei es haben viele teile gefehlt oder sagen wir mal einige teile das meiste konnte man aus bügeln oder wenn man eine ersatzteil kiste hat das da rauskramen auf jeden fall nichts was jetzt den bau komplett behindert hätte aber ich zeige euch noch was ich jetzt im letzten schritt gebaut habe natürlich zum einen hier unser schild das habe ich hier aufgeklebt und hier unten so eine ganz einfache halterung gemacht mit solchen mit solchen hinges ja dass man das in der neigung hier ein bisschen verstellen kann das einmal wäre das schild dann haben wir hier die satelliten schlüssel also den deflektor den eigentlichen auch der ist sehr schön geraten hier ist alles innen drin aufgedruckt da kann man nicht meckern und dann haben wir hinten noch so eine kleine halterung gemacht und der steht dann hier auf der runden platte und den moderneren deflektor das ist der hier den muss ich mal eben noch ein klein bisschen klein bisschen zurecht biegen so da kann man ihn schön sehen den habe ich hier direkt aufgebracht ebenfalls auf so eine runde platte drauf und lässt sich drehen und in der neigung auch verstellen das ganze und wenn man will kann man eben sehr leicht die beiden hier austauschen einfach den unternehmen den dafür drauf stecken und dann hat man dann einmal den klassischen look und einmal den neuen look und ja leute was soll ich sagen der millennium falke ein riesen modell ein tolles modell ein schönes modell ein aufwendiges modell ein teures modell von lego direkt wie viel kostet das teil 800 euro meine version hier von leppin schlägt mit 200 euro zu buche und das hier stört mich echt noch dass hier die beiden gefehlt haben in schwarz die muss ich mir immer noch organisieren aber es macht einen riesen spaß ihr habt sage ich mal 20 bis 24 stunden bauspaß hier dran je nachdem wie flott ihr seid ich habe ein bisschen länger gebraucht weil ich ja alles hier für euch auf video noch aufgenommen habe aber ich hatte wirklich viel viel freude damit es gab ein paar teile die immer mal abgefallen sind sehr leicht eines davon war einer dieser landefüße hier unten den habe ich dann festgeklebt damit er nicht immer wieder abgefallen ist und das zweite dass ich noch nicht festgeklebt habe ist hier unten die rampe die war auch immer ganz gerne mal lose momentan hält sie gut und ich habe noch nichts geklebt ich lasse es einfach mal so und was ich noch gebaut habe hier im letzten abschnitt sind ja hier diese kleinen teile hier diese verzierungen hier und hier oben das teil das wort noch angebracht und ein problem habe ich noch schaut mal mal her diese diese fließen hier die länglichen die sind hier zu lang denn die stehen moment so kann man sehen ihr seht die stehen hier über die sind zu lang geraten die müssten eigentlich genauso wie die hier abschließen also die sind einfach ein bisschen zu lang leider habe ich keine ersatzteile dafür muss man schauen die muss ich mir auch noch mal besorgen dann auf jeden fall ein tolles set freunde wenn ihr auch mal bock habt den zu bauen und ihr habt gerade nicht 800 euro locker greift ruhig zum lepien teil es macht riesen spaß es sieht genauso cool aus am ende ja und der geldbeutel wird einfach weniger belastet so fertig bin ich aber noch nicht ihr seht ich habe es hier auf dem großen tisch stehen und der tisch der ist ja also wenn ich ihn nicht noch ausgeklappt hätte wäre der voll und das teil ist riesig ich habe deswegen noch einen ständer dafür das ist der evernance vertical stand der wird auch aus lego teilen zusammengebaut und dann kann man den ganzen falken darauf montieren und so in eine schräge stellen dass man den auch wunderbar auf ein regal dann ins display stellen kann das werde ich euch noch zeigen wie das ganze funktioniert und natürlich ja hier hinten die antriebseinheit sowie ich habe die einfach mal genauso gebaut wie sie hier dabei war und die sieht richtig beschissen immer noch aus auf gut deutsch gesagt also hier die ganzen schläuche die muss ich mal noch einkürzen und ich werde die auch noch beleuchten und auch das werde ich euch aber in einem separaten video zeigen ihr findet alles hier unten in der video beschreibung sobald alles online ist alle videos in der playlist und da könnt ihr euch den kompletten bau noch mal anschauen ich habe es recht ausführlich gehalten ich hoffe einige haben da ihren spaß dran und anderen wird es wahrscheinlich zu lang sein aber jeder wie er es will ich habe auf jeden fall echt freude gehabt an dem projekt hier denn endlich konnte ich mal wochenlang bauen ich habe immer abends gebaut meistens recht spät vielleicht habe ich mich deswegen auch ein paar mal verbaut immer so abends nach der arbeit mal noch anderthalb zwei stunden so bis mitternacht tja und dann hat sich das auch ein bisschen gezogen hier aber es war eine tolle erfahrung und mit sicherheit das größte lego set das ich je gebaut habe und wahrscheinlich auch bauen werde so das war's wirklich genug gelabert danke fürs zusehen freunde wenn ihr noch nicht alle videos geschaut habt klickt in die playlist da habt ihr einen ausführlichen überblick über alle erfolge und auch die problemchen die ich mit dem falken hatte vielen dank fürs begleiten bei meiner kleinen reise ins star wars universum und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal